da sitzt auch eine hier ist auch eine ich will ja nichts sagen ich finde es immer lustig wenn die leute sagen mantis religiosa wenn ich hier noch entlang gehe finde ich noch viel mehr mantis religiosa sind so extrem selten die hat ein bisschen eine fehlhaltung denn ihre flügel ist ein bisschen eingeknickt mantis religiosa die ist so selten und unter artenschutz und ich gehe hier entlang und find 12 13 stück und denke mir total unter artenschutz total selten vom aussterben bedroht findet man überhaupt nicht häufig